Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 Video. Es ist soweit, wir können endlich das goldene Ticket einlösen. Wer nicht weiß, was ich meine, wir können aktuell für 125 Crafting Metalle ein goldenes Ticket aus dem Replikator ziehen. Und wir können jetzt endlich diesen einlösen und uns die neue Map ganz kurz angucken. Probiert es unbedingt selber aus. Ich zeige euch den Teaser jedenfalls jetzt hier. Das war es von mir. Da rein. Viel Spaß. Ciao. Ja, es ist der Teaser. An sich ist es ja schon ein bisschen ärgerlich, dass da irgendwelche Dataminer das schon geleakt haben. Und man jetzt eigentlich schon weiß, was passiert. Das ist schade. Aber kannst du jetzt nur genießen. Das ist ja schon. Abspringen kannst du auf jeden Fall schon mal nicht, das war aber klar. Und ganz wichtig, ich bin überzeugt, dass dieser ganze Nebel, den man hier sieht, der wird nicht mehr da sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Tja, es ist halt nur ein Teaser, dass man hier nicht alles sieht, war ja logisch. Es sieht, wenn man es dann live selber sieht, sieht es schon geil aus. Aber es ist sehr düster und die ganze Vegetation, die ganzen Felsen, es sieht halt alles gleich aus, finde ich. Enjoy your time at the next home of the Apex Games and look forward to seeing you again. Ach, na klar, der Teaser war ja nur so kurz. Also wer da noch mehr sehen will, ich habe noch ein 10 Minuten Gameplay auf dem Kanal oder auf meinem Drittkanal, verlinke ich gerne mal noch, wenn das Video dann draußen ist, mit dabei. Verlinke ich mit dazu, das ist Fakt. Und das ist ein 10 Minuten Gameplay, da läuft jemand wirklich quer über die gesamte Map. Sicherlich fehlen ein paar Spots. Ich hoffe, der Nebel bleibt. Nee, Klaus, ich bin mir sehr sicher, der Nebel wird nicht bleiben. Und das ist ein paar Spots. Und das ist ein paar Spots. Vielen Dank.